Wenn Sie das Wort Marxist hören, geht es Ihnen so, wie Goebbels damit operiert hat. Nichts anderes, nicht? Sie sind nämlich genauso dumm in dieser Frage, wie jener war, nur war er ganz jesuidisch raffiniert. Herr Abgeordnete, Herr Abgeordnete, ich rufe Sie dafür zur Ordnung. Protokoll? Die CDU-CSU-Fraktion verlässt unter Protest den Plenarsaal. Das ist der Nachteil derer, die rausgehen. Sie müssen wieder reinkommen. Zurufe der CDU-CSU, Sie Kommunist, Fouideibel, Bolschewist. Ich sage Ihnen Prost, weil Sie wahrscheinlich dahin gehen. Ah, hören Sie an. Sie Grünschnabel. Zuruf, Sie Kommunist. Wer einmal Kommunist war, den verfolgt Ihre gesittete Gesellschaft bis zum Lebensende. Und wenn es geht, lässt Sie ihn auch durch Terroristen umbringen. Das weiß ich, das ist so. Und deswegen habe ich damals Kurt Schumacher gesagt, Sie werden mir doch die Haut vom lebendigen Leibe abziehen. Da hat er mir gesagt, und du bist einer, der das aushält. Und du musst hier sein.